Das ist der Beginn einer neuen Ära des Sports. Das war mein Fehler. Das ist der Beginn einer neuen Ära des Sports. Die Gelegenheit, eine neue Generation von Athleten zu entdecken. Okay, zugegeben, das war mein Fehler. Seit ich mich erinnern kann, war es mein Traum, Olympionike zu werden. Eddie, du bist kein Sportler! Ihr habt recht, ich fahre nicht zu den Olympischen Spielen. Ich fahre zu den Olympischen Winterspielen. Sie sind vollkommen ungeeignet für Olympia. Also los! Ich brauche dringend einen Trainer. Dir ist klar, dass man mit fünf oder sechs mit dem Springen anfangen muss. Was wissen Sie schon darüber? Branson Peary. Olympiasieger von 68. Warum habe ich nicht von ihm gehört? Sie haben ihn rausgeworfen. Er war respektlos gegenüber dem Sport. Ich brauche nur ein paar Tipps. Gib auf, der war kostenlos. Könntest du mich anschubsen? Anschubsen? Das ist deutlich höher, als ich erwartet hatte. Oh Gott! Nicht die Peine anwinkeln! Du wirst nicht aufgeben, oder? Ich werde es schaffen. Ich wurde aus jeder Mannschaft geworfen, bevor ich mich überhaupt beweisen konnte. Deshalb brauche ich meinen eigenen großen Moment. Der Welt ist egal, wer du bist. Das ist nichts Neues. Ich weiß, wie es ist, wenn man abgeschrieben wird. Ich verschaffe dir deinen Moment. Aber es wird höllisch wehtun. Wir wollen nicht mit solch grotesken Auftritten in Verbindung gebracht werden. Da kam jetzt ein bisschen Pipi mit raus. Und Niederlagen. Ihr seid eine Schande für den Sport. Gut. Erfüllliche Bestmarke! Und wir sind eine Schande! Ich liebe es, anderen das Gegenteil zu beweisen. Ich muss das tun. Du hast mehr Mut, als alle anderen Springer da draußen. Da kommt er, Großbritanniens Eddie Edwards. Du bist Eddie the Eagle. Jetzt flieg! Er ist gestartet. Kann er das Unmögliche schaffen? heartbeat robust. hers geht. Es geht um. Es geht um. Vielen Dank.